Wir covern ja nicht ne Band, weil wir sie total scheiße finden. Nein. Das machen wir nur, wenn ihr uns wieder irgendwelchen Mist über den Sound schmeißt. A new moon in the city and the night was young. Ah, jetzt ja. Verarscht. Kleine Antäuschung hier zum Start von Folge 14. Ja, wir haben da nur den Merchandise Gedanken im Hinterkopf sozusagen, dass wir eine Cover-CD oder eine CD mit Cover-Songs haben. Und da ja der Weihnachtsmann sozusagen schon langsam seine Stiefel schnürt, müssen wir hier ein bisschen die Werbetrommel rüberhalten. Aber natürlich unhöflich erstmal Hallo da draußen. Hallo, wie geht's euch so? Hallo Didi. Ja, hallo Marc. Wie ist es denn so? Ja, es ist schön wieder hier zu sein. Also letztes Mal, das war ja für euch da draußen, das war ja gar nicht freiwillig. Ich war sozusagen während der ganzen Aufnahmesession gefesselt im Schrank und musste mir anhören, was hier Marc und Hoshi fabriziert haben. Und es gäbe ja etliches zu berichtigen. Aber... Ich hab da eine Liste mitgebracht. Ja, genau. Thema heute... Korrektur der letzten Folge. Genau, Korrektur der letzten Folge. Vielleicht machen wir erstmal eine kleine, wie sagt man, ein Debriefing. Achso, ich dachte jetzt so eine Art Agenda. Achso, ja. Ich dachte, du erzählst noch endlich. Achso, ja. Für Monate angekündigt. Du erzählst quasi einen Witz zu Ende, der vor zwei Folgen erzählt wurde. Oder einen Geschichtewitz wolltest du erzählen und hast es ja nie getan. Ja. Und jetzt ist der Zeitpunkt, um das aufzulösen. Bitte. Ach, okay. Ja, also. Stimmt. Als wir das neue Maiden-Album besprochen haben, hatte ich an irgendeiner Stelle erwähnt, dass ein Maiden ja aus Kaulsdorf kommt und wollte später darauf zurückkommen und dann ist das ja nicht passiert. Und dann haben Marco und Hoshi sozusagen richtigerweise im letzten Podcast nochmal erwähnt, aber konnten es natürlich auch nicht auflösen. Also jetzt hier die Geschichte dazu. Wir müssen quasi unzählige Einsendungen über uns ergehen lassen. Wütende Leserbriefe, Flashmobbs. Also Kaulsdorf, für die Nicht-Berliner da draußen, ist ein Teil eines Stadtteils in Berlin und dort bin ich beheimatet. So. Und die Story, warum Maiden nun daherkommen sollen, ist folgende, dass meine Nichte, ihr damaliger Freund, hatte an der Uni, hatten die irgendwie Pause oder was auch immer oder haben einfach nicht studiert, wie Studenten so sind. Jedenfalls sind sie irgendwie auf das Thema so Metal gekommen und sind dann natürlich irgendwie auf, also alle nicht versiert im Metal, aber so von Metallica und ECDC und Iron Maiden, haben die schon mal gehört. Und da hatte er dann zum Besten zu geben in dieser Studiengruppe, ja von Iron Maiden, da kennt er einen. Und die, was? Echt? Ja, der kommt aus Kaulsdorf. Die Story dahinter, er wusste über meine Nichte, dass ich in einer Band spiele und immer, wenn wir uns getroffen haben, hatte ich natürlich meistens ein Maiden-Shirt an. Also hat er eins und eins falsch zusammengerechnet und hat jetzt gedacht, okay, also mein Onkel oder wie auch immer, was ich da bin, sozusagen, Stief, Schwipp, was auch immer Typ, der hat immer ein Maiden-Shirt an und der ist in einer Band, also muss das ja seine Band sein. Und wenn man jetzt keine Dimensionen hat zu Iron Maiden, dann denkt man halt, das ist es und hat dann das so weiterzielt, der kennt halt einen aus der Band und die anderen wiederum waren auch nicht so, wer sieht dann, ach, das ist ja interessant, echt, das ist ja ein Ding und so, da muss man mal ein Autogramm fragen. Jetzt war der schon wiederum völlig verwirrt, warum die anderen denn so diese Band irgendwie zumindest vom Namen her kennen und dachte, er hat echt eine Berühmtheit in seiner Familie und er hat ja recht. Naja, genau. Und das führte eben dazu, dass seitdem natürlich ein Running Gag ist, dass Maiden eben nicht aus UK kommen, wie alle bisher dachten und wie Wikipedia falsch sozusagen auspreist, sondern aus Berlin, Kaulsdorf. Faszinierend. So, that's it. Das ist die Story dazu. Ja, ist doch mal. War super lustig. Ja, cool. Musst du erst mal auf die Idee kommen, diese Verknüpfung dir so herzuleiten. Ja, und wir müssen jetzt an der Stelle im Podcast mal so ein, zwei Minuten Pause einräumen, weil die Leute jetzt bestimmt schallend lachen da draußen. Mit Sicherheit. So. Psst. Okay. Okay, das reicht. Ja. Die Lücke machen wir dann später im Schnitt einfach größer. Ja. So, dann würde ich gerne noch zusätzlich erwähnen. Ihr hattet ja, also erstmal, großet Lob, eure Folge war sehr unterhaltsam. Oh, dankeschön. Ja, ich habe sie sehr genossen und auch die Zuschriften unter dem Podcast geben dem ja Recht. Ich würde gerne noch anfügen, wie es manchmal so ist. Also, ich habe 1997 im High Ford in der Storkoer Straße damals noch hier in Berlin bei Sven Hammerfall live gesehen und die hatten tatsache einfach auf so einem abgesperrten Bereich, auf einem Tisch, ihre Rucksäcke und ihre Cases. Ich habe noch bei Dragon Lies Bleeding, habe ich noch mitgesungen, weil er in der ersten Reihe stand und habe mich danach halt noch einfach mit Oskar Dronjak unterhalten, als ob er einfach irgendwie Oskar Dronjak aus Kolsdorf wäre, zum Beispiel. Und ein Jahr später habe ich es das nächste Mal gesehen, da war schon ein riesen Fotograben dazwischen. Tja, so schnell kann es gehen, ne? Ja, und auch Sabaton ist seinerzeit, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, also ich war schon bei TNL, also war auf jeden Fall nach 2007, ich wurde tippen 2008, 2009, hier in Berlin in einem verhältnismäßig überschaubaren Club, damals noch mit den guten alten Metal-Law-Leuten im Vorprogramm und ja, haben hier halt auch in so einer 50-Leute-Bude gespielt. Tja, die habe ich tatsächlich auch mal als es, ach wie hieß denn das, es gab vor Jahren gab es mal so eine Musikmesse in Berlin, jetzt ist mir entfallen wie sie hieß, aber jedenfalls in dem Rahmen war halt auch in der Kulturbauerei, das ist hier so eine kleine Ansammlung von Clubs hier in Berlin, war auch Sabaton irgendwie auf dem Nachmittag so um 17 Uhr und da waren auch nur drei Leute oder so. Tja, wir haben in der Kulturbauerei beim Metal Hammer Award gespielt. Tja, das ist richtig, das ist Jahre später gewesen, aber da kannte die auch noch keiner, das war auch so... Tja, so ist das manchmal. Tja, 2004, 2005 so. Tja, so ist das eben manchmal, also... Tja, ich weiß gar nicht, ob ich das noch erzählen werde, noch eine letzte Sache zu kleinen und großen Bands. Volbeat, die haben quasi auch, als sie noch keiner kannte, sollten die in der alten Feuerwache spielen. Habe ich das letzte Mal auch erzählt? Weiß ich nicht. Falls ja, schneide ich das dann hier raus. Ich frage nochmal Hoshi, sollten in der alten Feuerwache spielen. Für alle, die es nicht wissen, die alte Feuerwache fasst, wenn man es hochkommt, 100 Leute. Ja. Also wenn es hochkommt. Das ist also ein richtiger Jugendclub, also die Bühne, da ist kein Fotogramm, da ist nur kaum eine Heizung in der Bude und so weiter und so fort. Und da sollte halt Volbeat mal spielen. Und es gibt sogar noch ein T-Shirt irgendwo, ich weiß nicht, ob Hoshi zuhause ist oder bei unserem alten Gitarristen Benni zuhause, da steht noch hinten drauf Volbeat Tour und dann alte Feuerwache in Berlin. Cool. Wurde dann im Endeffekt verlegt ins Kato, was ein bisschen größer ist, aber es hat nie da stattgefunden. Aber wenn man sich überlegt, dass die jetzt im Olympiastadion vor ACDC spielen und die Dingsbums Arena voll machen, Mercedes-Benz Arena, genau. Man weiß ja immer nicht, wie sie gerade heißt, die Arena. Das kann ja hier an der Stelle nur der Aufruf sein an euch da draußen, sichert euch jetzt noch alle TNL-Alben für einen Sportpreis, nachher kommt irgendeine riesen Halsabschneiderbude und vertickt die euch in teurer. Aber wir haben auch das Gegenteil erlebt und dann sollten wir vielleicht irgendwie diese Konzertnummer beenden. Ja. Wir haben mal in dieser besagten Feuerwache gespielt mit einer finnischen Band, die mit einem riesen Tamtam sozusagen am Start einer mörderischen Karriere sozusagen uns präsentiert wurden. die kamen da mit Poster und natürlich schon fünf verschiedenen T-Shirts und ein riesen Buhai. Also ich habe danach, nachdem die gespielt haben, gedacht, naja, das war ja ein schön dünn Bier. Ich habe auch nie wieder was von denen gehört. Also es wäre sozusagen der Start einer Ära gewesen, war er aber nicht. Ich weiß noch, ich musste denen irgendwie mein Gitarren-Effekt-Gerät leihen, weil sie keins hatten. Ja. Aber sind hier angereist, also als wären sie eigentlich schon Weltstars, weil halt irgendeine Bude gesagt hat, komm in die schmeißen wir jetzt mal 870 Euro rein und dann haben die schon gedacht, jetzt dauert nicht mehr lange, dann sind wir die neuen Metal-Hammer, äh Metal-Hammer-Hammerfall oder so. Aber nee, dann doch nicht. So. Wart uns unweigerlich zum heutigen, oder wolltest du noch was sagen? Nö. Nö. Also wir sollten auf jeden Fall dieses Wolbi-T-Shirt verbrennen? Nein. Nein. Einrahmen. Fotografieren. Wir sollten es bei Ebay verkaufen. Achso. Musste Benni mal fragen. Ja. Ich glaube, das war Benni. Ja. Aber ja. So. Heute Thema. Marc. Was hast du dir denn ausgedacht? Ja, also im Zuge dessen, dass wir ja jetzt gerade im Inner Circle, wer es nicht weiß, das ist unser kleiner Bereich auf unserer Website, für den man sich anmelden kann, für einen geringen Betrag. Da veröffentlichen wir jeden Monat einen neuen Song. Und im Augenblick arbeiten wir quasi die Cover-Songs ab, die sich von wiederum Leuten in der Inner Circle gewünscht wurden. Und in diesem Zuge dachten wir uns, oder dachte ich mir, dass Didi und ich mal darüber quatschen, was wir so für Coversongs von anderen Bands eigentlich ganz geil finden, die irgendwie besonders herausstechen. Didi ist dann gleich noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich noch die rausgesucht, die er richtig scheiße findet. Das habe ich wiederum vergessen. Aber wäre das so ein bisschen on the fly einfach mitmachen, weil ich einfach so ein krasser, spontaner Typ bin. Ja, auf jeden. Und vielleicht fällt dir ja dann doch noch die eine oder andere Cover-Nummer ein, wo du denkst, ja komm, die hättest jetzt nicht gebraucht. Ja. Fängst du an oder fange ich an? Ja, also da… Ich habe hier nämlich eine kleine Liste vorbereitet. Die habe ich auch vorbereitet. Letztes Mal hat Hoshi die Liste gemacht und ich habe einfach nur interagiert. Ja, Hoshi war sehr vorbereitet, hat auch immer mit dem Zettel geknistert. Genau. Toll. Auch absichtlich ins Mikro habe ich aufgepasst, damit man das auch hört. Ja. Also ich habe ohne Liste, die kann ich nur nicht knittern, weil diese ist hier sozusagen auf meinem… Ja, ich habe auch nur eine digitale. Wir sind einfach viel zu fortschrittlich. Auf meinem niedelnagelneuen iPad 14. Ne, welche Nummer gibt es gerade? Also auf jeden Fall High End. High End. iPad 20 sagen wir einfach mal. Ja. So. Na komm. Also… Beginne. Oder ich? Du. Ich. Okay. Fangen wir mal lässig an, weil das wahrscheinlich die meisten vielleicht sogar aus dem Radio kennen. Und das ist Land of Confusion, eigentlich von Genesis, aber kam einem dann von Disturbed präsentiert. Und das läuft auf jeden Fall hierzulande im Radio sehr oft. Und ich fand, also gar nicht mal weil das im Radio oft läuft, weil das ist heutzutage so. Damals war das halt auf dem Album, ich glaube 10.000 Fists drauf, was eigentlich ziemlich geil ist. Und dadurch, also ich bin kein Genesis-Kenner und so weiter. Und deswegen war, also dieses Lied ist mir natürlich bekannt gewesen, aber wurde mir erst als junger Mensch so ins Gedächtnis gerufen durch dieses Cover von Disturbed tatsächlich. Der Song ist jetzt nicht so mega anders als das Original von der Struktur her, aber ist halt ein bisschen metalliger als das Genesis halt waren. Und natürlich singt auch nicht Finn Collins, sondern der Disturbed-Sänger, dessen Namen mir gerade entfällt. Na der halt. David irgendwas. Und das ist eigentlich ganz geil. Okay. Und auch, nur mal um den Bogen zu schlagen zu Genesis, weil das Video zu Land of Confusion, was ich mir dann später mal angeguckt habe, das ist eigentlich ziemlich geil. Das ist nämlich mit so Handpuppen und so eine dystopische Zukunft prophezeiend. Und ich weiß nicht sogar, ob es George Bush involviert war. Nee, war nicht involviert. Nee, war nicht. Also das kann natürlich hier nur der Alte auflösen. Natürlich. Aber ich fand es ziemlich verstörend, dieses Video schon immer. Und diese Puppen sind brutal berühmt gewesen und zwar gab es eine Sendung, die hieß Hallo Deutschland. Und genau diese Puppen und dort wurden praktisch alle Politiker, natürlich vornehmlich deutsche Politiker zu der damaligen Zeit, wurden mit diesen Puppen durch den Kakao gezogen. Natürlich waren gewisse Eigenschaften extrem karikatiert und hervorgehoben. Lothar de Maizière war so ein Überbleibsel der DDR-Regierung, der hat mal irgendwann in irgendeiner Ansprache ein bisschen aus Versehen gespuckt. Also hat diese Handpuppe literweise, während sie gesprochen hat in dieser Sendung Hallo Deutschland praktisch Wasser verloren. Hans-Dietrich Genscher hatte, sagen wir mal, recht imposante Ohren. Die waren natürlich bei der Puppe noch mal wesentlich größer. Also genau diese Puppen oder zumindest von den Machern wurden auch in dem Land of Confusion Video von Genesis sozusagen benutzt. War großartig damals. Hallo Deutschland. Also ich glaube, in meiner Generation haben wir alle geguckt. War geil. Soviel dazu. Land of Confusion. Ja. Bleiben wir bei Genesis. Meine Fresse. Überleitungen. Also erstmal ist ja oft nicht einfach, ist es jetzt ein Phil Collins Song oder ist es ein von Genesis Song. Von daher wurde ich... Also der war mit Sicherheit von Genesis, hast du eh gegoogelt. Aber Serious Black, die vor ein paar Jahren kurz mal so einen Peak hatten, weil der Grapo von Masterplan ehemals Halloween da mitgerührt hat. Dann der Schlagzeuger von... Ehemals Blind Guardian. Tomen. Genau. Tomen und so. Die haben ja so ein bisschen diese Band gepusht und das erste Album war auch tatsache nett. Also höre ich auch heute noch ab und zu. Allerdings haben die auf dem Album auch... Das erste? Ja. Naja. No Son of Mine von Genesis oder Phil Collins. Ich recherchiere das kurz mal während du weiterzähl. Ja. Ihr covert und das ist halt leider eine Coverversion, die man einfach nicht braucht. Also ich mag den Genesis Song schon wenig, aber der ist okay und sie haben daraus einfach nicht wirklich eine Metal-Nummer gemacht. Natürlich sind da eh Gitarren bei, aber der hat kein Bums mehr, der ist nicht schneller, der ist nicht aggressiver in dem Sinne gesungen, der ist halt einfach so da. Du willst also damit sagen, sie haben nicht ihre eigenen Stempel auf den Song draufgedrückt so richtig? Nicht so wirklich. Ja. Es ist übrigens ein Genesis Song, wie ich hier gerade sehe. Ja. Kommen wir zu einem guten Cover-Song. Der ist auch gerade verhältnismäßig brandaktuell. Oh. Und zwar von Jorn. Der gute alte Jorn. Achso. Auch ehemals Masterplan. Ja. Der hat auch einige, der hat sogar so ein paar Alben, wo nur Coversongs drauf sind. Ja, ja, genau. Und zumindest läuft im Rockland-Radio derzeit gerade der Something Going On von Frieda. Eigentlich ein Popsong aus dem 18, glaube ich. Klingt so, ja. Nett. Also Jorn gibt dem Ganzen mit seiner Stimme und so ein bisschen Aggressiveness dem eigentlich irgendwie so, ja, finde ich eigentlich ganz cool. Also auch der Original-Song ist halt ein Achtser, den jeder mit Sicherheit schon mal irgendwann in seinem Leben gehört hat und nie wusste, dass der Interpret oder die Interpretin Frieda heißt. Okay. Ja. Stark. Gibt ihm was. Ist okay. Mir fällt mehr. Okay, dann lege ich mal nach mit, das ist aus der Garage Inc. von Metallica, wo ja auch sehr viel gecovert wurde. Und da ist mein Lieblingssong von dem ganzen Ding schon immer gewesen Astronomy. Ah, okay. Original ist von Blue Oyster Cult, die ja eigentlich für Don't Fear The Reaper wahrscheinlich am bekanntesten sind. Überragender Song. Ja, aber Astronomy, das ist ein richtig geiler Song, finde ich. Und in der Metallica-Version hat er halt so richtig irgendwie Biss. Ja. Das ist auch so ein bisschen Balladesc am Anfang und so. Das macht eigentlich einen total sinnvollen Sprung nach vorne, das Lied. Also das Original ist okay und so. Aber halt auch, man mörrt, dass das halt auch schon ganz schön in die Jahre gekommen ist. Das ist ja auch wahrscheinlich aus den 70ern, 60ern irgendwie sowas. Für Österreich halt ja wahrscheinlich. Und ja, Astronomy. Natürlich auch überragende Songs, die da noch so drauf sind. Stone Cold Crazy zum Beispiel. Mochte und mag immer halt noch Mama Sad. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ist mir schön. Oder Die Die My Darling, ist auch nicht schlecht. Aber das ist auf jeden Fall mein Favorite davon. Und sowieso diese ganze Garage Inc. Aktion fand ich sowieso geil früher. Ja. Weil der Sound halt auch gut war. Also Metallica waren vielleicht bei einigen Metal-Fans so in den 90ern dann abgemeldet, wegen ihrer kommerziellen Ausrichtung. Aber soundmäßig haben die auf jeden Fall die Nase vorne gehabt damals. So Didi. Und jetzt? Jetzt kommen wir zum Song, wo ich persönlich nicht gedacht hätte, dass man den geil covern kann. Weil er ist von dem Godfather of Dreck im Rock'n'Roll von Lemmy. Oh. Also von Motorhead. Und er ist auch noch einer in meinen Augen der besten Motorhead Songs, die je gemacht wurden. Killed by Death. Also schon überragender Titel und wirklich ein großartiger Motorhead Song. mit der typischen rotzigen, dreckigen, manchmal gar nicht so oder eigentlich nicht so wirklich starken Sound-Version, die die Motorhead ja auch oft nicht hatte. Oder sagen wir mal eher oldschool Sound irgendwie war der Song aber trotzdem in sich rund und schlüssig. Und eigentlich ein No-Go, dass du als Metal-Band dir den nimmst und coverst. Und es geschehen Zeichen und Wunder und es ist passiert. Und Beast in Black hat den Song gecovert und der ist halt einfach nochmal geiler. Also du kannst nicht sagen, er ist geiler als der Motorhead Song, weil der Motorhead Song ist von Lemmy und der ist unantastbar. Und der steht so wie er da steht für immer so da. Aber Beast in Black hat dem ganzen, sagen wir mal, so einen modernen Touch verpasst und so eine Fettnis nochmal drauf gepackt, dass der einfach auch geil ist. Also ich kann die beiden Songs hintereinander von links nach rechts hören und finde die beide... Also es ist Tatsache der einzige Song, wo ich sage, dass mir beide Versionen richtig, richtig geil gefallen. Ist auch Beast in Black, die haben auch einen überragenden Sänger. Der, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, müsst ihr euch mal reinfahren. Der kann teilweise seine Stimme irgendwie so verdrehen, dass es irgendwie klingt, als ob er einen weiblichen Gesang gerade macht. Ja, ist für jede Kneipe, wette, jut mit Leuten, die kein Metal kennen, dass du da was von denen anmachst und sagst, hier kennst du die? Also der Typ ist auf jeden Fall eine Liga für sich. Kann ich auch empfehlen, das Ding. Finde ich geil. Ja. Aber jetzt bin ich ja schon wieder dran. Na, ihr könnt doch noch einen hinterher schieben. Nö, nö, nö. Wir machen das hier schön abwechselnd. Jetzt kommt eine... Oh, ja. Habe ich letztens erst entdeckt. Wir kennen alle noch den Film Spaceballs. Und zwar ist das die Parodie auf Star Wars, wer es vielleicht noch nicht kennt, aus den 80ern. Durch Kämpft die Wüste. Durch Kämpft die Wüste, genau. Hier gibt's nicht mal Scheiße, Sir. Ja, großartiger Film. Und da gibt es ja sogar ein Spaceballs-Lied am Ende zum Film, wo dann die Putze quasi aus dem Raumschiff sich formiert. Ist das politisch korrekt? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls, dieses Lied haben... Wie heißen sie noch gleich? Majestika quasi auf Metal gecovert. Aha. Und das habe ich letztens in unserer Playlist gesehen oder gehört. Und da habe ich mich an diesen Film auch zurückgeerinnert gefühlt und da hatte ich Spaß dran. Cool. Voll geil. Schön. Gibt's auch bei Spotify. Müsst ihr mal euch reinfahren. Diddy ist dran. Ist eigentlich, wenn man einen eigenen Song in einer anderen Version macht, ist das dann auch ein Cover? Von sich selbst meinst du? Ja. Würde ich nicht sagen. Dann macht man einfach nur eine andere Version von einem eigenen. Na dann rede ich jetzt eben nicht weiter. Ihr werdet nie erfahren, welchen Song ich jetzt ansprechen wollte. So. Ich dachte halt, weil um es zu covern musst du dann jemand sein, der nicht das Original gemacht hat, dachte ich. Ja, okay. Dachte ich. Aber nein, das überspringen wir dann. Dann natürlich Cover-Version eigentlich gar nicht so groß anders. Hätte man grundsätzlich auch weglassen können. Ist aber der Song selber in den letzten 20 Jahren, Minimum 20 Jahren, hat der einen gewissen Kultstatus erreicht, weil er jede einzelne Maiden-Show eröffnet. Duckta Duckta. Oh ja. Von Ufo. Im Original. Und Maiden hat mit Blaze damals in der Blaze-Ära den Song auch gecovert. Und hat ihn auf irgendeine Single als B-Seite draufgepackt. Also nette Version mit Blaze. Gefällt mir gut. Ist cool. Ist aber jetzt nicht so dermaßen abweichend vom Original. Ist nahezu eins zu eins. Aber jeder Maiden-Konzertgänger weiß in dem Moment, wo Dr. Doktor anfängt sozusagen vom Band zu kommen. Jetzt gleich los. Jetzt geht's ab. So. So. Ähm. Gut. Okay. Dann. Jetzt haue ich mal einen raus. Da kommt keiner drauf. Nein? Nö. Bin gespannt. Also ich selber bin ja bis vor kurzem nicht darauf gekommen. Achso. Bis ich das in einer... Im Spiegel gelesen habe. Nein. Nein. Ich habe eine Diskussion und ich hätte fast Alkohol verloren. Also eine Flasche Whisky. Wollte ich schon setzen. Oh. Aber der andere war so überzeugt, dass ich dann doch nicht eingeschlagen habe. Und zwar. In the Army Now. Aha. Ja. Kennt ja jeder. Ich kenn den ja. Und der ist von? Weiß ich grad nicht. Na Status Quo. Achso. Aber nicht wirklich. Achso. Also jeder kennt In the Army Now von Status Quo und von niemand anderem. Das ist... Ja okay. Ja. Aber es ist gar nicht von Status Quo. Richtig. Der Song ist eigentlich von Bolland und Bolland. Oder Bolland und Bolland. Wie auch immer man es aussprechen möchte. Und ist aber nie zu Weltruhm gekommen. So ein Song. Auch interessant. Status Quo hat dann diesen Song gecovert. Und dann wurde es ein Welthit. Und jeder kennt eigentlich... Also es gibt mit Sicherheit immer Nerds da draußen, die das wussten oder wissen. Und auch möglicherweise die eigentliche Version kennen. Aber ich glaube, das werden nicht allzu viele Leute sein. Weil ich kenn den Song seit er von Status Quo auf dem Markt ist. Also sprich seit... 84, 87 oder so. Also mein ganzes Leben lang. Und habe erst vor drei Wochen sozusagen... Wurde ich ernüchtert. Bin aus dem Kaninchenbau rausgeschmissen worden. Und habe gelernt, dass der Song gar nicht von denen ist. Und davon gibt es ja mehrere Songs. Zum Beispiel auch The Best von Tina Turner. Ist gecovert. Also Simply The Best. Ja genau der. Ach wirklich? Ja richtig. Aber manchmal machen eben erst die Cover-Leute den Song zu nem Hit. Der, der meine Wessi, wenn wir ihn so nehmen dürfen, kennt über sieben Brücken. Nur von Peter Maffay. Aber er ist im Original von Karat aus dem Osten. Hatten wir doch auch mal mit Looking for Freedom. Ach so. Das ist doch eigentlich auch nicht von David Hasselhoff. Sondern... Ja richtig. Im Zuge unseres Covers von dem Song. Genau. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wer es war. Von uns ist er natürlich auch nicht. Nee. Obwohl wir den gecovert haben. Aber ja. Für Schwade. Für Schwade. Ja. Also das wäre jetzt auch mal so ne ganz eigene Fraktion eigentlich. So Cover-Songs, wo man auf den ersten Blick denkt, wieso Cover-Song? Ja. Bolland und Bolland. Ja Wahnsinn. Mit Indy Aminau. Jetzt aber du wieder. Jetzt ich wieder. Genau. Wir kommen zu Wasp. Ah. Und zwar, ich weiß nicht genau welches Album es ist. Ist ja auch egal. Jedenfalls coverten die Herren um Blacky Lawless The Real Me von The Who. Ja. Und der ist auf jeden Fall in der Wasp-Version fast schon eher mein Favorit im Gegensatz zum Original. Obwohl das natürlich irgendwie auch so ein Kult-Song ist. Ah, nicht von The Who is Kult. Ja, deswegen ist es so ein bisschen das Problem. Und mein Song, der noch nicht in einer CSI-Serie verwurstelt wurde. Genau. An der Stelle wieder die Blaze-Ära. Ja. Da hat Maiden My Generation gecovert. Wirklich? Hab ich noch nie gehört. Ja. Ist halt auch so ne B-Seite von wahrscheinlich, keine Ahnung, Lord of the Flies oder was auch immer die damals ausgekoppelt haben. Ich hab den Käse ja und deswegen weiß ich's. Was? Findest du mit Sicherheit auch irgendwo. Ja. Also Maiden hat halt auch irgendwie im Laufe ihrer Ära ziemlich viel gecovert. aber oftmals auch Sachen, die man einfach gar nicht kannte und auch nicht kennt. Ja. Zum Beispiel Women in Uniform, einer der ersten Maiden-Videos, den die Band übrigens immer gehasst hat und nur vertraglich halt gemacht hat, ist tatsächlich auch kein Maiden-Song. Ach so? Ja. Wusste ich nicht. Ja. So ist das. Meine Fresse. Aber auch der Original-Interpret… Kennt man nicht. Nee, ich glaube Russ Ballard oder irgend so was. Keine Ahnung. Okay. Ja. Eigentlich bist du jetzt wieder dran, theoretisch. Ja, dann nehmen wir mal weit. Jetzt gibt's ja noch ne dritte Dimension. Du hast alles auch noch in Dimensionen eingeteilt. Ich hab mir einfach nur eine kleine Liste gemacht. Cover-Songs, die… also wo es schwer ist, den eigentlichen, sagen wir mal, Erfinder oder Komponisten ausfindig zu machen, war Volksmund. Zum Beispiel The House of the Rising Sun. Hm. Man kennt ihn von den Animals. Ja. Aber es ist, glaube ich, Liedgut. Volksliedgut. Kannst du mal sehen. Ja. Wahrscheinlich haben die gar nicht so viel daran verdient im Endeffekt. Und möglicherweise ist das ähnlich bei… jetzt gehen wir wieder ein bisschen mehr so in die Metal-Richtung mit Halleluja von Axel Rudi Pell. Überragende Version. Ich glaube, der Song wurde auch 40 Milliarden Mal gecovert. Ja, schon seit Jahrzehnten. Auch aus jeglichem Genre. Ja. Also von Popsängern über Rocksängern über Metal-Bands über Einzelinterpreten und so weiter. Singer, Songer, Songwriter, alle haben das gemacht. Nein, also Halleluja. Und Halleluja. Also ich weiß nicht, wer hat das geschrieben? Jesus? Wahrscheinlich. Also ich könnte mir vorstellen, es ist tatsächlich auch schwierig dort vielleicht so einen ursprünglichen Komponisten zu finden. Vielleicht ist es tatsächlich so ein Kirchenliedgut. Wahrscheinlich, ja. Aber wissen tue ich es tatsächlich nicht. Habe ich auch nicht vorher gegoogelt. War einfach zu faul. Na gut. Also man kann ja auch so ein bisschen hier die Zuhörer challengen. Genau. Dass sie jetzt sagen, jetzt finde ich das raus und schreib's drunter. Ja, mach das mal. Und wer uns das Gegenteil beweist, kriegt einen Schokoriegel. Ja. Möglicherweise. So. Achso. Genau. Tenacious D haben wir jetzt nämlich mit. Das ist aus diesem Ronnie James Dio Tribute Album. Ja. Und da ist nämlich The Last in Line drauf. Mhm. Was durch ein absolut craziest Flöten-Solo brilliert. Ist that a flute? Und auch so mit Akustik Gitarre so ein bisschen eigentlich richtig geil kommt. Und ich finde sowieso, dass Jack Black ein überragender Sänger ist. Definitiv. Und das macht richtig Gaudi, das Ding. Genau. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Tribute to Ronnie James Dio. Da ist auch Metallica drauf und Doro und wie sie alle heißen. Die haben da alle irgendwie einen Song irgendwie beigesteuert. Könnt ihr euch mal reinfahren. Aber Tenacious Dio ist definitiv der Beste von dem Ding. Mhm. Ja. Gut. Ja, gut. Dann würde ich jetzt nochmal eine eher Kategorie. Hätte man auch nicht Covern brauchen. Oder die Cover-Version braucht keiner. Und ja, jetzt geht's wieder auf dünnes Eis. Tut mir leid, Steve. Aber You're the Voice. Im Original von John Farnham. Ja, ja, ja. Eins meiner Lieblingslieder übrigens aus meiner Kindheit. Gecovert von Blind Guardian. Also die Version braucht wirklich kein Mensch. Also ich weiß nicht, ob sie einfach noch einen Song machen wollten und so. Also er wirkt uninspiriert. Sie haben ihn nicht Blind Guardianisiert. Nix. Ja, das Problem hat Blind Guardian auch auf der Forgotten Tales, da haben sie nämlich Beyond the Realms of Death von Judas Priest wahrscheinlich, gecovert. Und der Song ist halt auch genauso wie das Original. Nur dass Hansi halt singt. Ja, das ist ja dann durchaus nochmal okay. Ja, aber da ist irgendwie ein Null-Mehrwert irgendwie. Ja, ja. Passiert halt durchaus mal. Da ist ja auch dann noch Surfin USA zum Beispiel drauf oder Barbara Ann. Von den Beach Boys. Genau. Wo er weiß, dass noch so ein bisschen der Comedy-Faktor irgendwie mit rein spielt und sagt, ja okay, ist witzig. Aber bei dem fand ich auch immer so ein bisschen schwierig. Ja. Tatsächlich, ja. Ja, naja. Zurück zu Axel Rudi Pell. Hey, hey. My, my. Im Original, glaube ich, von Neil Young. Ja. Ich glaube, Tatsache Johnny Rotten ist so ein bisschen Thema in dem Song. Und gibt es eine Axel Rudi Pell-Version. Finde ich super. Weil Axel Rudi Pell kann einfach Emo. Und der Sänger... Der Sänger, der kann sowieso alles singen. Der Sänger kann halt alles singen und kann am besten halt auch Emo und Ballade. Ja. Und, also ich finde die Version einfach... Ich glaube, das ist alles auf Diamonds Unlocked wahrscheinlich drauf oder wie das Album heißt. Ja, möglicherweise. Ja, das... Oder auf einem der beiden, die es da gibt. Ja, cool. Warst du fertig oder unterbreche ich dich gerade? Nein, nein. Achso. Dann, oh ja. Interessante Verwicklung und zwar Iron Savior. Die haben mal einen Halloween Song gecovert. Wahrscheinlich war das auf irgend so einem Tribute Album. So Keepers of Jericho 1, 2, 3 oder irgendwie sowas. Und hier der Pete Silk und Kai Hansen, die kennen sich ja noch von früher, weil sie auch mal eine Band zusammen hatten in Jugendjahren. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt existiert dieser Song, glaube ich, schon. Und der ist dann auf dem ersten Halloween-Album gelandet, denke ich, glaube ja. The Phantoms of Death. Mhm. Und das erste Halloween-Album ist ja so ein bisschen rough, ne? Also gehen schon alle ganz gut nach vorne und so. Aber Kai Hansen kann auch noch nicht so richtig gut singen, wie er es... Der hat ja schon immer eine etwas markantere Stimme, sag ich mal, gehabt. Und damals hat er halt noch ein bisschen rumkrakelt mehr, als er das da gesungen hat. Dementsprechend ist die Halloween-Version relativ rough und auch so in den 80s und so. Erstes Halloween-Album, da war noch nicht so viel Kohle da. Die Produktion ist auch nicht so weit vorne, wie sie es hätte sein können. Und dann haben halt Iron Savior später, so Ende der 90er würde ich sagen, das Ding gecovert. Und Kai Hansen hat natürlich nichts damit zu tun. Und der Pete singt halt, aber das ist halt ein super Song. Phantoms of Death. Guck an. Das gibt es irgendwie nur auf YouTube. Ich glaube, auf offizielle Veröffentlichung müsste man die CD wahrscheinlich sogar haben. Also es hat irgendeine Nase auf YouTube gestellt. Ja. Und da gibt es das nur. Aber Phantoms of Death. Geiles Riff. Ja. So richtiges Standard-Metal-Riff, aber geil. Ja. Komm mal zu... Anhören. Ich glaube, einer der berühmtesten Cover-Songs der letzten Jahre. Sound of Silence. Oh ja, Disturbed. Disturbed. Das ist halt so ein Beispiel. Also da würde ich jetzt gerne mal die Brücke schlagen, obwohl es kein Cover war. Metallica mit Nothing Else Matters hat es mit dem Song damals, ihr schafft sozusagen die Allgemeinbevölkerung da draußen sozusagen zu catchen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich das schwarze Album gekauft haben und dann gesagt haben, um Gottes Willen, was ist das denn? Das ist ja hart. Wegen der Ballade sozusagen. Und vor allem haben sie es ja noch ein zweites Mal gemacht, genau das gleiche. Die haben nämlich auch Nothing Else Matters aus der S&M ausgekoppelt. Und da haben sie halt nochmal eine neue Runde Leute abgeholt. Ja, also auch völlig legitim, großartiger Song immer noch, keine Frage. Und Disturbed ist natürlich auch, ich sag mal, vorher natürlich nahezu ausschließlich der Metal-Welt bekannt gewesen. Und Harms tatsache mit Sound of Silence, sie schafft jegliche Charts dieser Welt und eigentlich alle Leute irgendwo zu begeistern und von sich reden zu machen. Ja, also auch tolle Version, keine Frage. Ja, dafür sind die eigenen Songs nicht mehr so geil. Ja, passiert. Jetzt bin ich wieder dran. Und zwar haben wir hier Cover eines Judas Priest Songs und zwar Exciter von Strapping Young Lad. Genau das nämlich. Devin Townsend am Gesang, der eigentlich eher so in Prog-Metal-Kreisen eine Ikone ist und auch eine unfassbar variable Stimme hat. Und dementsprechend auch so überhaupt nicht klingt wie Rob Halford. Und das ist eigentlich das Geile an dem Song. Ja. Halt mal so eine komplett nicht Rob Halford, weil wenn jetzt hier Primal 4 Judas Priest cover, was interessiert mich? Das ist ja fast dasselbe. Und das wertet auf jeden Fall den Song krass auf und ja, deswegen gibt es auch nur auf YouTube wieder. Das ist wieder so ein unter dem Radar, das habe ich mal auf irgendeiner Compilation gehabt, wo auch so Tribute to the, hast du nicht gesehen. Ja. Ich glaube sogar zu, ja da war auch Halloween drauf, die haben eine Electric Eye gecovered, das war glaube ich nur Priest Leader, ja genau. Da war das drauf und ja, Strapping Young Lad. Gibt es auch nicht mehr. Aber Devin Townsend, der macht ja jetzt Solo Kram, der ist auch noch tierisch unterwegs heutzutage. Ja. Ja, also meine Liste neigt sich dem Ende. Ich habe noch zwei Dinger in der Kammer. Also ich hätte noch einen und da würde ich halt deine zwei oder zumindest einen davon erstmal vorschieben wollen. Okay, dann machen wir weiter mit Machine Head wieder Judas Priest Cover und zwar The Sentinel. Und da würde ich auch sagen, dass der Machine Head Song irgendwie geiler ist als das Original. Klar, Rob Halford, Legende, tralala. Aber in der Machine Head Version hat er halt so eine richtig erdige Schippe Dreck bekommen und das macht irgendwie Spaß. Und die haben ja auch einiges gecovered. Die haben ja auch Head Up Be His Name gecovered. Ja. Waren sie das, oder? Ach, der wurde von so vielen gecovered. Ja, aber die waren es glaube ich auch. Und Master of Puppets, das war alles nicht so richtig geil. Aber beim Sentinel, da würde ich sagen, dass Machine Head da mal einen guten abgeliefert haben. Ja auch eine durchwachsende Diskographie haben. Meiner Meinung nach mal geil, mal nicht so geil. Aber der Sentinel, der war glaube ich auf dem Locust Album drauf und da geht was. Ja. Sworn to Revenge. Oh, jetzt geht der Marc ab hier. Genau. Ja, also da jetzt der Letzte auf meiner Liste, dachte ich so ein bisschen Eigenlob kann man mal machen. Also ich finde, von all unseren Coversongs, die wir gemacht haben, persönlich, wenn ich mich festlegen müsste, welcher der beste ist oder der, der den Song, sagen wir mal, am interessantesten sozusagen aus meiner Sicht gestaltet, dann ist das Tatsache Feeling Good. Okay. Von, ja. Okay, okay. Also sicherlich haben wir Songs wie The Rock einen völlig anderen Mantel verpasst, weil das ja schon sehr, ja, interessant des Original ist, keine Frage. Oder Girls Just One and Half Fun war halt auch komplett anders, ne? Ja, ist halt auch Tatsache wirklich anders, ganz anders. Aber mir persönlich gefällt Feeling Good oder unsere Version von Feeling Good Tatsache am besten. Ja, ist ja Geschmackssache. Klar. Wir haben uns ja die Version von Michael Bublé vorgenommen, die ja, sagen wir mal, sehr bekannt ist da draußen. Ja. Im Original ist der Song Tatsache schon von 1964 eigentlich von so Songwritern gebastelt und dann in irgendeinem Musical von irgendjemanden sozusagen zum ersten Mal verwertet worden. Seitdem auch zig Cover von irgendwelchen Leuten. Aber Michael Bublé hat's, würde ich mal behaupten, so in den letzten Jahren eigentlich, ja, sagen wir mal, mit am berühmtesten gemacht, den Song. Und wir haben uns ja eher auf die Version gestürzt. Ja. Deswegen so ein bisschen Eigenlob. Ja, stinkt jetzt hier furchtbar im Raum. Oh, ist einfach unerträglich. Ja, ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Okay, dann habe ich ja jetzt nur noch einen total lame nicht von uns gecovertet. Ach, ich sag auch nochmal, welches mein Lieblingscover ist von denen, die wir gemacht haben. Ja. Und zwar finde ich tatsächlich Hungry Eyes am geilsten einfach. Weil der auch so für mich der Song ist, wenn wir den jetzt live spielen würden, der würde tierisch abgehen. Auf jeden Fall. Und wir haben, ich glaube, keine Ahnung, 79.000 YouTube, äh Spotify Klicks. Ja, das ist unser erfolgreichster Song. Also wir sind sozusagen berühmt ohne den üblichen Rattenschwanz. Genau. Koks, Nutten, Häuser, Ferraris. Geld. Ja, du. Aber reicht ja. Ja, man muss ja auf dem Teppich bleiben. Jetzt habe ich eigentlich nur noch Sabaton, obwohl ich ja eigentlich kein Sabaton-Fan bin. Aber die haben einen Arma und Amas Song gecovert und zwar halt mit melodischem Gesang. Ja. Haben wir auch gemacht. Haben wir auch gemacht. Ja, ja. Sind die auch geil. Die waren leider früher als wir, habe ich dann hinterher herausgekriegt. Haben die den gleichen gecovert? Nein. Nee. Twilight of the Thunder God tatsächlich. Und, äh, der ist, glaube ich... Winnie the Thunder. Äh, auf Carolus Rex heißt, glaube ich, das Album. Ich glaube, da ist es auf der Extended-Version drauf. Stimmt. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, ich sei rumzuliegen. Einzelsabaton-Album, was ich rumzuliegen habe. Siehste? Da ist das Sabaton drauf, oder? Ja, ja. Ja, siehste. Hat dich schon wieder verdrängt. Das finde ich eigentlich ziemlich launig. Weil es halt auch mal in die andere Richtung gecovert ist. Oft wird ja dann irgendeine Metalcore-Death-Metal-Band oder irgendwie sowas covert dann irgendwie einen Popsong und macht dann halt statt... Ja, ja. Das haben wir ja ziemlich oft. Aber andersrum... Ja. Gibt's gar nicht so oft. Nee. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr, sehr klug. Aber, Obacht, ja, man kann auch schnell in die Kritik geraten. Erinnere dich an unser Amon Amarth-Cover. Ja. Wo dir auch ein Video zugibt. Ja. Findet man immer noch bei YouTube. Genau. Da haben ja der Marc und ich uns einfach hier so eine Spielzeug-Wikinger-Helme aufgesetzt, um das so ein bisschen zu untermalen. Weil ihr wisst, Amon Amarth, ne? Teutonisch und so. Und also wirklich absolut die Wikinger. Gab auch viel Lob, aber da gab's halt einen. Ja, der hat dann so ein bisschen so... Also ich weiß nicht, ob man jetzt hier dieses Wikingertum hier so durch den Kakao ziehen muss. Und also der war da so ein bisschen... Die nehmen das alle ein bisschen zu ernst, die Leute. Ja, ja. Der war da so ein bisschen angepisst, dass wir da so mit schiefen Plastik-Kinderhelmen hier in unserem, oder in Marc's Studio rumstehen. Dabei mögen wir Amon Amarth. Wir haben die x-mal live gesehen. Wir hören die. Wir finden die geil. Und ich meine, wir covern ja nicht eine Band, weil wir sie total scheiße finden. Nein. Das machen wir nur, wenn ihr uns... Wenn ihr uns wieder irgendwelchen Mist über den Zaun schmeißt. Oh, da kommen auch noch Dinger, Leute. Da kommen noch schöne Dinger. Wir hatten ja schon schöne Dinger, ne? Also auf der Cover-CD, Girls Just Wanna Have Fun, schon erwähnt. Hungry Eyes, Looking for Freedom, war das noch irgendwie... Touch Me. Touch Me. Ja, von Samantha Fox. Hat man vorhin schon. Ja. Touch Me auch? Haben wir auch erwähnt? Ne, wir haben ganz am Anfang mitgesungen, weil das Intro ja aus unserem Touch Me Lied ist. Ach, richtig. Siehste. Ach man. Das ist lange her. Lange her. Halbe Stunde oder so. Ja, ja. Und jetzt in der neuen Runde durch die Inner Circle, Leute, sind uns wieder ein paar schöne Sachen über den Zaun geschmissen worden. Also, wir hatten ja im letzten Monat ein Motorhead-Medley-Cover. Das ist natürlich cool, macht Laune. Wir haben jetzt nächste Woche für euch. Nächste Woche gibt es Trommelwirbel. Mr. Rocky Balboa. Eye of the Tiger natürlich. Die Eye of the Tiger. Auch das ist natürlich durchaus, ich sag mal noch, im legitimen Rahmen. Aber da kommen noch Sachen auf uns zu, Marc. Vielleicht magst du mal kurz aus dem Nähkästchen so ein, zwei erwähnen? Ein, zwei, ja. Zum Beispiel Nothing's Gonna Stop Us Now von Starship. Ah, Starship. Wird kommen irgendwann. Für Jefferson Starship und davor Jefferson Airplane. Genau. Ja. Man muss einfach den Namen kürzer und moderner machen mit der Zeit. Lassen wir die miesen Witze. Ah ja, Nähkästchen. Da gibt es noch Eminem. Oh Gott. Das wird auf jeden Fall eine harte Nuss. Der Martin, wir bedanken uns schon mal im Vorfeld. Das wird noch eine Weile dauern, weil wir da auch noch hart dran arbeiten müssen, damit der... Ja? Der hat sich das gewünscht? Ja. Na, dann weg den das nächste Mal, sehe du. Vielleicht schneiden wir das raus, dann müssen wir nicht sagen, wie das ist. Sonst kriegt er noch Hassanrufe. Stimmt. Entschuldigung. Ich mach da einen Piepton drüber. Ja, das kommt zum Beispiel doch und noch so ein paar andere Geschichten, die werden auf jeden Fall großartig. Ja. Das ist ja klar. Aber nächste Woche kommt Eye of the Tiger und das hat sich der Carsten gewünscht, unser wohl... Einer der größten Fans. Die Fans, die auch die Fanseite für uns gemacht hat und... An der Stelle, ja, liebe Grüße, Carsten. Genau. Wir hoffen dir geht's gut und du hast... Die CD müsstest du eigentlich schon haben. Ja, das hoffe ich. Genau. Und dass du natürlich Spaß hast sozusagen mit unserer Version von Eye of the Tiger. Genau. Ja, aber sind wir jetzt mit den Coversongs an sich rund? Ja. Sind wir auf jeden Fall. Bleibt noch zu erwähnen. Also, was ist denn noch so los? Das Album kommt bald raus. Ja. Nämlich unser Album 4 kommt tatsächlich jetzt raus in nächste Woche im Prinzip, wenn ihr das hört hier sozusagen. Und zwar am 26.11. Und das könnt ihr jetzt schon vorbestellen, müsst ihr einfach mal auf unsere Seite gehen, tnlmetal.de. Erster Beitrag müsste eigentlich der vorbestellte Link sein, da könnt ihr euch noch eine Version mit einem schicken Shirt vorbestellen, wenn ihr Bock habt. Und das Coole ist, wenn ihr es jetzt vorbestellt, könnt ihr sofort den Download hören sozusagen. Müsst nicht auf den Releasetag warten, könnt ihr dann, kriegt ihr gleich per Mail zugeschickt sozusagen. Ist ja geil. Nicht wahr? Ja. Und des Weiteren spielen wir tatsächlich, und jetzt nochmal ein vierfacher Trommelwirbel, ein Konzert nächste Woche. Ja. Unfassbar. Stromgitarrenfest. Genau. Stromgitarrenfest 2021 hier in Berlin im Orwo-Haus. Ein zwei Tage andauerndes Event. Event. Mit Headliner sind Motor Jesus an unserem Tag zumindest und Disbelief am zweiten Tag und noch allerlei andere Bands. Zum Beispiel. Wir spielen dann noch bei unserem Tag. Gorilla Monsoon spielen noch an unserem Tag. Demus Dawn spielen. Das ist eine ganz neue Band von dem Marc Grewe. Den kenne ich auch sehr gut. Der hat früher bei Morgoth gesungen und kennen ihn wahrscheinlich die meisten. Und der ist auch irgendwie schon mal bei Wolby sogar auf der Bühne gewesen, hier in Berlin, weil ihr die Typen auch irgendwie kennt. Ja, Hoshi war bei Silbermund auf der Bühne. Ja gut, das kann man nicht mithalten. So was zum Beispiel am zweiten Tag gibt es noch Arroganz und das entfällt mir leider gerade. Es tut mir leid. Aber könnt euch in den Freier reinziehen. Ihr findet ja alle Infos, findet ihr ja im Netz. Genau. Und da spielen wir auf jeden Fall. Da freuen wir uns und wir hoffen, dass es stattfindet. Ja. Wer da ist, wer Bock hat, kommt und wir trinken ein Bierchen. Genau. Wir spielen Freitag, 26.11. Genau. Ich glaube Einlass oder los geht es irgendwie so um die rum. Keine Ahnung, 18 Uhr ist Einlass glaube ich und 19.30, 19 Uhr startet es da. Ja. Ja cool, da sind da ein Haufen Neuigkeiten. Ja Mensch. Ich habe jetzt vernommen, neue CD, also sprich Geburtstag nächste Woche. Ja. Aber Bescherung schon heute, also wer möchte. So ist es aus. Ja genau. Und wer noch warten möchte, bis er sie bestellt, um noch einen zweiten Song zu hören. Am Release-Tag gibt es noch eine zweite Single für alle kostenlos zum Hören. Also für alle. Auf Spotify. Wunderbar. Das wird auch episch. Nur schon mal von weg. Ja, dann bleibt dem ja nichts hinzuzufügen. Nein. Hat wieder Spaß gemacht mal. Ja natürlich und nächsten Monat geht es nochmal richtig los. Ja. Gut, dann lassen wir Hoshi wieder aus dem Schrank. Ja, der konnte diesmal auch mal eine Runde da drin warten. Ja. Und vielleicht überrascht der der Steve mal und… Macht eine Solo-Episode. Genau. Oder setzt sich hier mit dir hin oder so. Jetzt üben wir natürlich an der Stelle keinen Druck aus. Null. Nein. Wir hatten ja schon unsere Gemeinschaftsrunde vor zwei oder drei Podcasts. Na sogar vier Podcasts würde ich sagen. Wie auch immer. Da gab es leider ein paar technische Probleme mit Steves Mikro. Das tut mir leid. Da ist leider das Kabel im Arsch gewesen. Aber ich habe es versucht zu retten. Also ja. Nächstes Mal mit richtig gutem Sound. Okay. Ich glaube auch Steve ist schon da. Ich höre das Trommeln im Nebenraum. Ich dachte erst, es regnet. Gut. Dann in diesem Sinne. Habt es euch wohl. Habt es fein. Lasst es krachen. Und bis das beim nächsten Mal. Tschüüüä. Adios. Adios.